So liebe Freunde, hallo schon herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von MarketLand. Wir holen uns gerade noch hier ein paar Versorgungsdinger. Rebellenoperationen, Geheiminformationen. Krieger. Was man immer mal braucht. Immer auf die Fresse gekriegt. Der verpisst sie jetzt wieder. Ich kann jetzt hier gleich hin, aber dich hole ich erst mal kurz. Doch, wie du mich jetzt geholt hast, muss ich dir jetzt auch mal holen. Ey, 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 erst mal mit an die Ankündigung schießen. Erst mal Warnschuss abgeben. Ja, guck. Warnschuss daneben. Mann! Ist hingefallen. Stolpert über so einen Stein. Der andere hinter mir hat keinen Warnschuss abgegeben. Oh. Ich habe beim anderen Warnschuss abgegeben und dann auf ihn gescheußen. 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 Gott verdammt mich noch mal. Kann doch jetzt nicht wahr sein hier. Pottentotten Alptraumnacht. Nacht. Und dampfender Honigkessel. Wo kam das doch mal her? Äh, ich glaube, das kam von den Windkernen oder so. Ja, 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 definitiv. Den, 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 den tief? Ja, den tief. Den tief. Und, ups. Kann nicht sein, ey. Hier verloren. Ich muss sagen, er ist umgefallen. Ja, ich kann sehen. Wir sind jetzt da oben aufs Dach. Oh, der ist da noch. Da war einer. Ist sonst noch einer drin? Ja, okay. Da oben einer drin? Nope, okay. Ist da drüber noch einer drin? Nope, okay. Einer drin. Oh, lol. Auf mein Leg. Dauto. Oh, warte, ist da gerade einer? Oh, lol. Sehr geil. Was ist denn was für eine Waffe? Oh, guck dir mal an, was das für eine Waffe ist. Ja. Eine. Oh, jetzt bin ich da. Auf die bin ich gespannt. Die werde ich danach gleich erstmal ausprobieren. Ich würde das ja die neue Main-Waffe. Oh, nein. Das sah ja süß aus. Ja, ne? Ja, ne? Oh, den hab ich erwischt. Ich hab hier mit dem vollen Kopfnuss verpasst, warte. Wir sind da aus Prinzip, aber nur kurz mitfahren. Ist da irgendwas? Aus. Warte, ich mach da mal kurz hier. Und ruhig sitzen bleiben. Sollt ihr was mitbringen von der Tanker? Nein, danke. Oh, hier gibt's nur abgehangenen Fisch. Abgehangenen? Ey, fängt hier voll viel Fisch an. Näh, näh. Wie du hinten drin sitzt. Und? Ach, komm mal. Willkommen bei der Waffe wegpacken. Sitzt genau hinter dir. Deck dir die Rückmacht. Okay. Loll, was ist denn hier? Oh, ein. Oh, kass. Oh, kass. Okay, wir müssen einmal in Solidat. Warte, das will ich mir jetzt mal genauer angucken. Okay. Eins ist bei der Unidat. Die Waffe. Und der Punkt, ist das auch Unidat? Nee, ist nicht Unidat. Sniper, top of the tower. Marking the Captain. Okay, das wird auch nicht bewacht. Der Bereich hier. Alter, wie viele hängende Leute hier sind. Alter, wie viele Rebellen. Ey, da ist ein... Da ist einer bei den Rebellen drin. Ein Gegner. Soll, der hat sogar Waffen. Oh, hier können wir was markieren. Rebellen, das weiß ich so. Soll ich sie nur markieren, lol. Mir aber neu. Alter, sind da viele Leichen. Täfft die nicht. Ich mach den mal oben. Ein. Tja, da kann ich jetzt auch nichts mehr. Alles. Nice, nice. Wie das hier so voll aufstellen mit Kameras und so. Ey, das ist... Kräftig. Toll. Oh, hier hängt so ein Poster drin, ne? Aber auf der anderen Seite ist das dann nicht. Heck. Voll komisch. Voll komisch. Voll. Voll. Next time, can you tell them to get their own fucking groceries? Check it out. Weapons case. So. Bist du schon an der Waffe krallen? Ja. Erstmal Waffe krallen hier. Ja. Waffe Ja. ja das ist ja gar nicht erst mal jetzt ausprobieren erst mal kommt wenn ich irgendwie bekannt vor wie die einfach schon aussieht nur die kann eigentlich nur gut aussehen warte präzision präzision schaden alles fett da kommt nix in ein granatwerfer dort nicht dranhauen und der hat gar kein granatwerfer manu 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 cool 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 nehme ich zudelstätter zudem magazin ist ich kann aber ein 50er mit rome magazin dran haben fck probleme iri? ja? hi huah huah ist die geil oh mein gott oh wie fett die bei mir aussieht ah das traumemagazin ist aber nicht coyote irgendwie ist das denn hier für eine farbe so ist gut? ja ich guck grad nur noch Waffen durch wenden und versenken sie sie okididokili was gibt's denn hier? kurzer Schaft braucht niemand braucht niemand Sachen für Schrotflinten wer benutzt denn eine Schrotflinte? oh Magazin Groß Sturmgewehr oh geil gedämpfter Schaft Scharfschützengewehr alter da hier in dieser eine Stadt igani äh im Norden sind zwei Kingslayer Akten wären wir bei acht und ist nicht der noch irgendwo welche rumlungern dann städte ich geh schon mal zum heli ja oh warte auf da geht's hoch ich habe mir gedacht warum ein helikopter nehmen wenn man auch einen ranzigen weißen van nehmen kann richtiger vergewaltiger van ja ich merke schon tschüss oh ich habe den Typen gedotet ups ups holla die wald wir sind wieder letztlich gelandet wir haben eine verpumente ich werde ja nicht ich werde sagen ich weiß nicht die ist das was die die wir haben die 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 sind die 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 Und hier gibt es so einen Eingang dafür, glaube ich. Und dann fliegt da so eine Drohne rein und beide gucken so Richtung Eingang. Ja, da ist nix. Vielleicht richtig sneaky da langlaufen. Turm, oben ist gar keiner drin. Oben ist keiner drin? Ne. Weiß aber, wir können da doch gar nicht mal so sneaky, oder? Doch, wir gehen ins Wasser. Echuuu! Sonat. Danke. Ins Wasser. Er hat uns nicht gesehen. Sehr gut. Jetzt können wir gleich hier, glaube ich, hoch bei dem Boot oder was wir uns darstellen sollen. Ich war gar nicht auf den Rauch. Kann man hier hoch? Aber queren stimmt bei mir gerade. Da bei mir ist und ah, hier. Auch geil, dass wir bei dem Boot hochkommen, aber bei dem anderen nicht. Ja. Wir haben uns gesehen. Wir haben ja einen Teil. Ich hab einfach mal angefangen zu schießen. Da sind zwei drin. Machen wir die zwei alle. Boah, da ist Spacken. Das Spacken. Das Spacken. Oh. Tschüss. Pärotaboot! Hier, jetzt ist da was frei. Ehrlich. Was? Könnt man hier einfach so rüber gehen. Und dann hier hoch. Haben sie gerade mit dem Mörser zerstört. Bei mir nicht. Bei mir ist das weg. Bei mir ist das weg. Oh, komm jetzt an. Oh, du. Oh. 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 Oh, der ist schon ausgestiegen. Oh. Der Wehr ist aufgestiegen? Nein. Triple kill! Ich bin ein Autoauftragsmörder. Hm, der Dampfer auch ein bisschen. Ach. Der... der... Smoked nur einer. Okay. Fuck. Die geschlagen sind wohl entdeckt. Die sollten da leise reingehen sollen. Hat das jemand gesagt? Hat gewacht. Machen Peng Peng Puff Kabu. Oh. Okay. Das würde immer nicht rein. Mikrofonmusik. Das war doch auch gelernt. Der, der... Der, 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 der... Der, der... Und er hat mich da... Ich hab ja Ja Ganz ruhig Wir haben kein Auto Ja Ich steig schnell in den Heli ein Mikrofon aktiviert Nein er ist weg wir wurden entdeckt Hey Wir müssen dann doch mit dem Auto hin Dass wir ihn sehen und dass wir ihn dann nachher verfolgen können Okay Okay Was nehmen wir denn da irgendwas unauffälliges Panzer oder so Panzer oder so voll unauffällig Ja Na ja Wo Ja Ja Bakatari Was kriegst du eigentlich hin Okay Das war kein Wagen Was soll einem das sagen wenn keiner auftaucht Das war ein bisschen Ass Ich fand ihn nicht Die auch einfach sagen können Die jetzt gibt's hier nicht Ja Sag da einfach nicht Ja Mit so einem genauen Hinweis Wie man am besten hinkommt Gibt's halt auch nicht weißt du Hä Warte wenn du ihn gleich sichtest Genau Dann komm ich mit dem Minibus und hol dich ab Oh ich war eigentlich nur das Auto Aber jetzt fällt er damit weg Fuck Alter Das ist immer richtig schwer Wir müssten die erstmal Ja Wach mal das denn Der Typ steht ja eher so vorne vom Lager ne Wenn wir versuchen Die von hinten aus aufzuräumen oder Die Frage ist dann Ob wir ihn da nicht schon sehen Dass er dann schon wegfährt Ja okay Es sei denn du holst ein Auto Stellt sich vorne an die Straße Stehst schon mal bereit Genau Einer triggert dahin Okay ich lauf dann schon mal vorne an die Straße Ja gute Idee Ich seh' nur einen Faktor Eins holen Na gut ich will dich hol jetzt mal Einen polyvinianischen Minibus Okay Ach du Scheiße das Ding ist halt mal gar nicht unauffällig Ich bin unterwegs Ja 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 Ich bin unterwegs Ja Ja Ist echt gar nicht unauffällig Da wäre der da dann wohl gefahren Was Da sind Minibus entdeckt Diesen Minibus sieht man doch nicht Wie kann man ihn denn sehen Ich bin Jetzt bei 22 Immer bei 20 Ja So ich würde mal sagen Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Wenn wir es zum zigtausendmalsten Mal wieder versuchen Oder ein bisschen auf Wiedersehen Tschüss Tschüss